willkommen mein name ist Lutz Reinhardt und ich zeige ihnen jetzt einen schönen relax Sessel von Himmola aus der serie Cumuli 7610 in diesem Longlife Leder Chianti erstens Sesselgröße für mich eigentlich etwas zu klein es ist small ideal für Personen bis 1,70 m zweitens Anmutungsqualität sehr hochwertig gute Verarbeitung gutes Leder drittens Funktion die Funktion hier ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig keine Feststellbremse sie geht automatisch aber ich kann trotzdem in jeder Position anhalten die Fußteilverstellung geht hier hier elektrisch wenn ich ein Kabel habe ich hole mal gerade kurz das Kabel Vorbereitung ist alles hier ist das Kabel Himmola Steckdose stecke ich hier ein ok jetzt probieren wir mal ob es funktioniert tippen wir hier drauf die Fußzunge kommt heraus jetzt kann ich nach vorne gehen sie sehen für mich ist der Sessel absolut etwas zu klein trotzdem merke ich für meine Frau zum Beispiel 1,65 m wäre das ideal einfache Funktion hier habe ich noch eine Verstellung dazu wunderbar ich hätte es gern höher aber das habe ich ja jetzt schon gesagt was hier natürlich auch sehr schön ist an diesem Sessel ist die Optik mit diesem Edelstahlgestell das macht den Sessel richtig designig und modern mein Fazit toller Sessel hochwertige Qualität technisch ist etwas gewöhnungsbedürftig aber ich fühle mich jetzt schon wohl ein Stück für eine nette Frau die es auch bequem haben will würde ich sagen im Advertising bei profischnapp.de gibt es jetzt dieses Stück zum Schnäppchenpreis weil es ein Messestück ist profischnapp.de online 24 Stunden am Tag oder live hier in Empfingen jeweils Freitag Samstag 50 Kilometer südlich Stuttgart ich freue mich wenn Sie mich mal besuchen Dankeschön und Tschüss Ihr Lutz Reinhardt ich freue mich wenn Sie mich mal besuchen